Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal des Schuh-Wie-Duo-Kinderschuh-Fachgeschäftes. Ich bin Babette, bin eine, ja, wie sagt man so, Kinderschuh-Tante und das schon seit mehreren Jahrzehnten und kann damit auf eine reichliche Erfahrung zurückgreifen. Warum mache ich das hier? Nämlich, um euch zum Beispiel, liebe Eltern, die sich für Kinderfüße, Kinderschuhe, für Schuhe generell interessieren, auf Neuigkeiten aufmerksam zu machen oder euch vor Fehlern beim Kinderschuhkauf zu bewahren, euch Vergleiche aufzudecken und euch, wie gesagt, einzuladen, in die Welt der Kinderschuhe mit einzutauchen und jedes Mal immer wieder was Neues zu erfahren. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleiben würdet. Ihr wisst ja auch, es gibt ja dieses absolut kostenlose Abo, was nichts kostet. Und demzufolge würde ich mich freuen, euch wieder bei den nächsten Male begrüßen zu dürfen.